ja leute was geht es geht jetzt weiter hier mit 5 7 das remake es geht weiter wir machen weiter und wir sind immer noch hier und ja wir gehen jetzt hier wir müssen hier raus aber du musst doch wissen wohin da gelaufen ist oder die musik dazu kann man hier vielleicht noch mal ich will nicht so aus ich gehe ich hoffe jetzt aber mal dass er vielleicht noch irgendwas bekommen oder so da kann ich oder auch schnick ja weißt du mich in so blöden kampf allein dass aber keine truhe haben na ja natürlich danke hauto ich hasse ihn ey wenn ich den in die finger krieg ne alleine für seine blöden spielzeuge ne er kriegt dann pop die schnauze ey der kriegt sowas am pop die schnauze das ist kein krankenhaus oder da so subjekte werden nicht geharzt hat hier wurde modifiziert oh mein gott heilige scheiße hey was soll das ach so kochtop besser oder wie neurokapsel ok scheiße ich hätte vielleicht vorher na gut da müssen wir gar keine wieder zu uns nehmen ach bin ich doof wir haben doch hier äh äh schönen irgendwie schönerer wer ist das wer ist denn das was ist denn die magie hab ich denn gestoppen was ist jetzt was ist jetzt los was 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 wer ist denn was was wenn es war hier ein vor vor war das war Tem Waren wir den? Ja, wer haben wir, glaube ich. Oh, oh Gott. Was? Oh Gott, Glück gehabt. So. Oh Gott, aber gut, okay, aber... Ganz ehrlich, da müssen wir auch einen nutzen. Ja gut, hätte man vielleicht verlieren können, die man, die man hätte voll aufgeladen, hier reinging. Wenn wir ja gleich voll aufgeladen reingegangen, wäre alles passiert, glaube ich. So, und jetzt gibt's aber einfach die Zelt, weil da jetzt die Zelt. Ja, friss! Oh. Was hab ich falsch gemacht? Alter! Aber du hast gar nichts falsch gemacht. Oh Gott! Was sind das denn hier? Was sind das denn hier für Spielzeuge? Alter Schwede! Jo! Es wird ja immer schlimmer hier. Es wird ja nicht besser. Oh, komm. Ach, wo wir mal warten, ne? Da kommt ein drüber Trank. Oh mein Gott! Tja, langsam wird das alt. Von deinem Fahrstuhl ist nichts zu sehen. Lasst uns den anderen Bescheid sagen. Ja! Naja, können wir noch mal zum Sektor... Okay, jetzt haben wir den Supertrank. Naja, können wir noch zum Sektor 1, ne? Oh! Sektion 4, was? Um die Tür zu öffnen, müssen wir zurück zum zentralen Kontrollterminder. Zurück können wir nicht. Was jetzt? Wir müssen eine Verbindung schaffen. Wir müssen uns erstmal hinsetzen. Wie wär's denn damit? Zur Abwechslung. Genau. Aber ganz ehrlich, komm, wenn wir mal 20 sind, bei 15 eben gewesen. Aber mehr als 15, 20 nehme ich davon nicht. Also... Wenn ich mehr als 20 brauche, um den Kampf zu besiegen, um den Kampf zu schaffen, dann mache ich was falsch. Na hier. Du bist wieder am Start. Red 13, ne? Kannst dir mal ein Spiel, was du heißt, was siehst du, was 13? Nieders, gib doch nichts. Da drüben ist ein Funkgerät. Lasst uns die Mädels fragen, ob sie zum Kontrollterminal kommen. Hey! Alles okay? Annahmenloser, okay. Okay. Jetzt! Jetzt müssen wir schnell machen! Red 13, äh, 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 Red... Red 13 retten. Red 13 ist ein tiefes Stock, ein tiefes Stockberg gefallen. Und muss allein gegen die, gegen eine Horde von Gegnern kämpfen. Eile ihm zur Hilfe von der TV-Anzeiger Schöp. Ähm, okay. Red 13, ähm, fahrts ja. Red 13, ähm, fahrts ja. Ja, guter Plan. Versprich doch! Tief doch! Hörst du mich? Red ist nach unten gestürzt. Kommt ihr vielleicht zu ihm durch? Der Ärmste! Schnell zu ihm! aber wir sind wirklich okay du bist du denn ohne oder ich ja die dinge hätten wir besiegt oder das ist nicht euer ernst jetzt dass ich hier gegen dinge erkennen muss jetzt die damals gas und ich heiße immer noch obwohl ich bin halt einfacher glaube ich oder ja gut jetzt sind nur zwei gerade jetzt aber scheinbar wieder so zu sein dass die wir jetzt hier wieder unsere unsere er ist ja gut mit er ist ja gebet machen dann und glück ja komm aber dieses mal ist einfach ja er ist aber viel besser glaubt man gar nicht weil die aber wenig ab kann aber dieser moment geil ja gut ich bin max und er ist sowieso ganz gerne also zuerst habe ich gedacht um Gottes Willen er ist das kann auch kein hauptcharakter werden bin ich ganz ehrlich habe ich zuerst gedacht aber meine ich qua bei mir das ist ja muss.. kannst du denn sagen haben wir ihn? oh nein die schon im die schon 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 und haben jetzt oh gott geschafft ein blöck die spezial was das ding was ist los ich will auch nur durch natürlich mal einmal ich bin nur vor dem krank holen die krank ich tue was ich kann wer ist für dich gib es Ah, mein Gott. Oh ja, sehr gut. Wenn wir jetzt nicht durchgesetzt. Oh, 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 oh. Danke. Red, wir kommen gleich, ne? Wir haben gerade nur kleine Probleme. Oh Gott. Das sind Dissens, wir denken, ach so, ich brauche nicht, wir haben erst wieder Blitzliga, ich will keine Blitzliga. Ich sag dir, ich will keine Blitzliga, ja, Affen. So, ich kann sie, wird auch. Ich weiß noch gar nicht, wie ich gerne sie übernehmen würde. Oh nein, ich kann sie einfach. Nie gut. Ich will sogar noch gar nicht. Ach so, ich bin bei Red. Ah, sehr gut. Red, wir sind da. Nicht, oder? Oh, nicht, oder? Ich verspade sind dabei. das ist so fies ne aber wir kommen gut durch ich muss sagen aber wir haben etwas genommen an einem egal war letzter auch kommen schon danke schön wie weit seid ihr gekommen wir haben den zugang zur sektion vier gefunden allerdings kann man ihn nur vom kontrollterminal öffnen und von oben aus konnte man nicht hin vielleicht haben wir hier ja mehr glück versuchen wir es verdammt war das mal wieder hat das ja wieder knapp okay aber diesmal aufpassen naja aber auf was du nicht wieder ein stoff aktiver bist als wir funktioniert nicht wir haben unsere rolle anscheinend noch nicht völlig erfüllt ich kann diesen heute echt nicht ausstehen es ist nur noch sektion 4 übrig die anderen schaffen das so nur noch sektion 4 abend das war letztes mal so ein kindergeburtstag das war so die letztes mal ich glaube ich könnte noch locker sechs sektionen also gar kein problem ja und am padrone ja gar kein problem ist überhaupt nicht irgendwie näher so er geht mir da nicht damit geht mir damit gar nicht auf den sack also falls man das denkt tut mir echt leid warum entschuldigst du dich bei das sind ja wenn zwei die kleine abwürdigst du schaffst das schon jetzt geht los jetzt brav lässt sich da prügeln da ich noch ein bisschen und das auch liebe ich dann drauf und ich glaube es auch nur zu schauen auch hast du ja er wird entschuldigt sich bei gegnern und du willst die dusche ja sehr toll also sektion 4 wir kommen leider nein gar nicht ja wir haben einen fahrstuhl gefunden aber er ist momentan außer betrieb vermutlich hat so ihn abgestellt ist jetzt müssten wir seinen plänen folgen und sektion 4 aufsuchen die tür müsste offen sein dafür haben wir gesagt verstanden wartet wo ihr seid dann lass uns mal zurück zu der tür gehen ja sicher ist auch gar nicht gefährlich jetzt genau bevor davor gehen wir doch mal ganz kurz ne genau ich will es ganz gerne ja er hat echt einen an dir gefressen kann sein der typ hat sehr gute menschenkenntnis ja so wie ich auf den kann man sich verlassen so wie auf mich sicher auf dich kann man das stimmt doch auf den kann man die schon echt gut verlassen jetzt ziehe ich denn da mit ruhe war mega trank geil so alles geht's auf ich hoffe einfach dass wir den hot show jetzt einem aufs maul honkern ich drehe hier dann doch durch die 8 mehr vor laut die volt öffnet sich die kakerlaken kommen ja gut jetzt ja gut ja gut ja gut ja gut Du willst wohl Hackfleisch aus uns machen, Wes? Wie viel hast du denn, sag mal? Okay, man kann nur in die Fresse hauen. Oh ja, sehr gut, oh Gott. Jetzt kann ich dir das an. Oh Gott, aber da kann man nicht dran nennen. Oh Gott, was hast du mit dem? Was hast du denn gemacht? Energiestehren, achso. Ah, okay, hier muss man ausweichen. Okay, toll, wie ein versaut. Du bist ja ein Arschloch. Wie hat das? Das ist eine Schwung. Was wärst du denn denn, Nambu? Nambu ist sie halt nicht so... Wääh. Ich weiß schon, was Funken sind, aber... Oh Gott. Laufen. Nochmal laufen, nochmal laufen, nochmal laufen. Einmal beten. Ja, wir haben ja richtig gebetet wieder. Wow. Das ist ein... Das ist ein tolles Ding, ey. Oh Gott, aber gut. Es ist nicht ganz so fies. Was? Nein! Ich hab den Schock verpackt. Ich hab den Schock verkackt. Nein! Noch nö, oder? Du... Oh Gott. Jetzt bin ich trauer. Das ist traurig. Oh nein, der ist wieder. Eins treffe ich im Tod, ne? Warte, warte, warte. Wo die Dinger? Da ist ja. Warte, ich rette dich. Ja. Nichts damit liegen bleiben. Das Evo zählt. Der muss sich jetzt durch. Okay. Das Ding erstmal aufladen. Der ist für dich. Hä? Was? Boah, alter, die ist so bedingt. Oh mein Gott. Boah, alter. Der kann doch nicht immer mehr Spielzeug haben. Ab dem aktuellen Kampf neu beginnen. Du kehrst zum Beginn des Kampfes zurück, beziehungsweise der Kampfserie zurück. Du kannst dich noch einmal daran versuchen, die bisher verdienten, und dann bleiben dabei erhalten. Den Kampf, aktuellen Kampf. Achso, er muss jetzt nur noch mit Tifa und, äh, hier, Aerith. Oder wie? Geil. Na gut, danke, dass ich das nicht komplett noch neu machen muss. Das ist sehr gut. Die Walze, alter. Weißt du, so? Oh, ich hasse ihn. Wie ich diesen Hojo hasse. Oh, ich würde ihn sogar in die Fresse hauen. In die Fresse schießen. Irgendwas mit Fresse. Ich hasse ihn doch. Oh, ihr glaubt, ihr wisst gar nicht, wie dieser Typ, ne? Ihn nimmt man, und dann zerdrückt man seine Sch... Das probier ich jetzt mal aus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Verdammt! Achso! Achso, dann kann ich vorm... Ah, das ist das Menü. Ich hab das mal eigentlich gemacht. Hätte er immer einen sich denn irgendwas überspringen, dann hab ich mich nie getraut. Oh Gott. Oh Gott. Was? Wie soll ich das ausweichen? Das sehe ich nicht. Achso, weil es da ist. Wie kriegst du von der Fresse Aura? Geht weiter. Oh. Anschlagen. Blödes Kackding doch. Los, geben wir alles. Oh, oh, ich hab mich sogar nicht... Bin bescheuert. Im Moment, das gemacht. Nee, die Sphären, was? Was war das, ne? Oh nein. Ich lauf einfach, glaube ich. Achso, es geht nicht. Ich lauf in die Regelung. Äh? Was? Nein. Oh, wirst du einmal getorben, wenn du... ...mit der war tot. Oh, oh ja. Du musst dich zusammenreißen. Ach, ich hasse diesen... Der ist so fies, weil du halt so kaum Platz hast. Und der halt... Der Typ kann halt alles nutzen, ne? Er schießt einfach mal, ist okay. Geht's weiter. Nur, wenn wir für die Leiste da voll bekommen. Nein. Nein. Was? Ich bin noch ausgewe... Was? Was? Ich hätte wegrennen müssen. Achso. Ähm, ja. Danke. Gut, wirklich. Aber gut, Menü brauchen wir beim nächsten Mal nicht. Ist ja auch immer nicht so schlimm. Denn... Bitte. Bitte, 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 bitte. Oh, 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 oh. Holy, holy, holy. Okay, nur einmal getroffen ist gut. Was? Oh, alter. Ich hasse dich. Ich sitz so mit unbedingt, ey. Ohne wird's... Als ob. Du siehst das teils doch kaum, ey. Also, weiß ich nicht. Warte, 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 warte. Hallender Wind, ne, Hallender Wind. Oh, ja. Oh, ja. Ich fühle, wie ich mich vom Winter fragen lassen. Irgendwie. Seh, was war sehr, krass. Ah, es war dieses Kreisding. Es war dieses Kreisding. Ah, daran sehe ich, dass es hier drei Spuren. Bäh. Ich weiß, woran ich das jetzt sehe, aber so schnell sehe ich das halt auch nicht. Nein, mach doch. Na, rüber, komm. So, den haben wir. Daran sieht man das an dem unten. Oh Gott, ist das fies. Ja gut, aber diese Dinger sind echt gemein. Die Bälle in einem gemeinsten. All die Bälle mag ich aber auch nicht. Was? Was hab ich gemacht? Ja. Ja. Halt bloß dein Maul, du blödes Kackteil. Das cosas noch ein. Ja, ich kann auch nicht. Nein, ich kann auch nicht. Häh! Keep on! Sie haben ihn besiegt! Aber das sollten sie ja auch! Die gewünschten Daten hätte ich damit! Dann wollen wir mal die nächste Runde des Tests einleiten! Oha! Er scheint zu gehen! Scheint zu gehen! Ja, ja! Aber ich würde sagen, dass wir vorher... Komm, wir kommen jetzt nicht... Hier ist das Bett! Genau, also darf man mal hingehen! Was finde ich können? Ich hasse dich! Ist das wieder eine Falle? Der Fahrstuhl ist sicher! Vertrau mir! Natürlich! Arif heißt das! Jo, jo, sicher! Na gut, wenn du das sagst! Oh! Oh! Sind wir schon da? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht! Habt ihr das gehört? Gehört ja! Aber das machen wir in der nächsten Folge! Würde ich sagen! In der nächsten Folge mache ich ja weiter! Ich danke auf jeden Fall für's Zuschauen! Für's wieder... Für's mit dabei sein! Und mal schauen, wie's hier weitergeht! Oh, ich hoffe den... Diesen Hojo, ne? Der... Ah Gott! Ich glaube, der wird uns mit diesem anderen Typen da zusammenbringen! Mit diesem Zappchen rauf da! Oh Gott! Ich bin gespannt! Ich hoffe ihr auch! Bis dann! Tschüss, euer Pirus! Ciao!